so leute willkommen zum nächsten part bei super mario world und wir legen los also jetzt geht es schon wie das geht sogar wieder alles abgerissen worden oder was ich glaube ich spinne jetzt haben die mir alles abgerissen wieder mal über ob es soll denn der scheiß wo war ja was ist das level hier kann man geht es noch irgendwann ist aber auch mal jetzt langsam gut ne ich glaube ich spinne hier ist was und ich als bonusmäßig ist nichts bonusmäßig ist oh nein ja natürlich was ist das eine unverschädte sauerei und sowas nennt man p ja komm mario jetzt nicht so ne nicht nehmt vergiss es vergiss es alles so gut hier auf joshimitsu perfekt denn ist hier was und nichts wo ja endlich alter geht's noch was ist denn das in der schweinerei komm her joshimitsu da ist was da ist das jetzt ich weiß wusste ich auch gar nicht die levels kenne ich so alle schon oh nein nicht dass sie oh nein nein zack wirklich viel dass wir gar nicht erhalten weil man ja es das wie ja das geht man ja gar nicht nicht geschafft was soll denn die scheiße die kicke kommt immer so knapp junge ja witzig was war das geschieht die die ich werde bescheuert was ist das level oh man leute das darf doch bitte nicht euer ernst sein das konnte ich leider auch wieder nicht holen hier kannst du gar nicht wirklich überleben was soll denn das kommt so viel gehen auf einmal okay da geht es wieder rein was haben wir hier oh nein hier sind wir jetzt wir sollen wieder ein leben nach dem anderen was ist das spiel und das sind die das beste super mario super jump and run für überhaupt ja ja für mich ist das nicht das das ist doch kein bestes jump and run für ein spiel wo man gar nicht wirklich jetzt wird es richtig schwer wir wissen aber auch bis es braucht es schaffen keine ahnung ob wir das hinkriegen müssen wir aber ich meine ich will das letzte player ja immerhin komplett durchziehen also müssen wir es schaffen oder muss ich jetzt schaffen woher sag so ey jo man jedes mal dasselbe hier scheiße ne hier war nichts ach ich muss ja da rein Das ist ne Schweinerei Das ist voll die miese Sauerei So, hier krieg ich Komm, zack Zack Hey, du das hier Oha, krass Oh, das besiegt die Dinger Das macht das Ganze natürlich Ein bisschen einfeiert Oh, Mann Yoshimitsu Jetzt wird hier langsam besser Hier, muss ich sagen Hä? Okay, hier ist nichts Jawoll Okay, aber da geh ich nicht In den Worten rein Hey Warte mal Scheiße, wir müssen da mal rein Oh Was ist denn hier jetzt? Oh, geschafft Oh, geschafft Nur leider mussten wir Yoshi aufgeben Das ist aber ein mieses Level Was einen sogar zwingt Yoshi Zwingt Yoshi aufzugeben Jetzt kommt wieder so ein Haus Mal schauen Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, nein Tatsächlich Das ist das, was ich dachte Ja, das ist das, was ich dachte Oh, oh Nee Ey Hey Alter Alter Du, 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 du Ah, bleib weg Aber was ist das? Kann ich das nehmen? Ah, ah Dann besser nehme ich das nicht, ne? Ah, nein Ey, das darf doch nicht wahr sein Gut Ja Ey, da Oh, ja Wurde ich doch, dass ich da nicht dran kommen Das sag ich doch Oh Alter Das geht's doch nicht Was ist denn das für ein mieses Level, ey Oh Ich habe mir zwei auf den Fuß Oh Die ganze Zeit Ich habe mich auf den Fuß gerade Aber das ist doch ein mieses Level hier Alter, geht ja mal gar nicht das Level, ey Junge Äh Bin ich schon ein bisschen weiter vorne Ah, nee, nee, nee Ah, nein Das gibt's doch nicht Ach, ja Ich glaube, dass wir das schaffen Aber zwölf Videos haben wir noch Gut, also Ich würde sagen, wir gehen noch mal zwölf Videos Und zeigen wir dieses Level Hi, hi, hi Zack So, abwarten So Zeug, Zeug Vorbeifliegen lassen Ah, yes So Zack Ups Ups Ah So Ich darf jetzt nicht in diese blöde Flamme kommen Oh, der macht jetzt auch noch extra tief die Flamme Das ist noch so sauer Warte, hä So So Zack Wunderbar Oh, der macht jetzt auch noch extra tief die Flamme Oh, der macht jetzt auch noch extra tief die Flamme Wie draußen kann das sein? Oh, Mann Ah 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 Scheiße Mist Da kann ich gar nicht lang dauern Oh 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 nein, hä Was ich Oh Nein 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 Oh 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 Was ist das denn? Wie, wo muss ich denn hin? Hä? Da verstecke ich die gerade überhaupt gar nicht Wo muss ich denn hin? Ach, da oben muss ich... Wie soll ich denn da hinkommen? Hä? Oh nein Brauche ich die Feder oder was? Sag, bitte nicht Ich brauche die Feder Scheiße Hä? Achso Ja, richtig Ist doch in der Richtung eigentlich was gewesen? Nein, ne? Oh, na toll Oh nein Ich bin mal ein Stückchen weitergekommen und dann passiert sowas Das darf doch mal nicht wahr sein Okay, wenn das glaube ich, müssen wir uns glaube ich nochmal richtig aufrüsten An dieser Stelle brauchen wir nämlich glaube ich, so wie ich sehe Die Feder Wir müssen nämlich da oben zur Tür hochfliegen Sonst ist ja glaube ich doch weiter nichts, ne? Okay, dann gehen wir nochmal wieder zurück komplett Und laden uns nochmal komplett auf mit allem Powern uns nochmal komplett auf mit allem drum und dran Man, ist das eine Katastrophe hier das Spiel Junge, Junge Am Anfang war es ja noch einfach, aber jetzt ist es langsam kompliziert schon Ah, Ladies and Gentlemen, ey Aber Zuschauer, schämt ihr euch eigentlich nicht alle? Ihr Zuschauer? Ist mir so schwer zu machen Ich mach das doch für euch nicht, dass ich das nicht spiele, oder? Ne? Also Hahahaha Okay Ah, Katastrophe Yoshimitsu Ja, aber du kannst eigentlich gar nicht mit rein in das Haus, aber was soll's Ich nehm die trotzdem welche, die nicht nehmen, kann ich nicht gebrauchen So, zack, zack Zack, zack Juuu Na komm, geh doch Mensch Ich wollte nur, dass du rückwärts da rein fliegst Äh, da raus fliegst, nicht da rein fliegst So, noch mal Leben, weil wir haben Leben verloren Jawohl Zack, zack So, nur eins Leben haben wir ja nur, das reicht noch Gut, aber wir brauchen jetzt nicht erstmal das Level aufmachen Und sich mal Leben holen Nein, nein Jetzt geht es erstmal wieder weiter Jetzt haben wir es aufge-powered Oh, das wird noch richtig interessant das Level Das ist immer ein schwieriges Haus Die ersten Häuser, Alter, waren ziemlich einfach Aber das Haus, ah Das ist ja schwer, schon schwer Ich hab mal gespannt, wie die Schlösser bei Bowser sein werden Weil bevor wir zu Bowser kommen Oder Koopa, wie auch immer Koopa, glaub ich da genau Koopa war das, genau Bevor wir da hinkommen Ja Wenn wir ganz viele Schlösser hintereinander machen Oh, das wird alles Katastrophe werden Ah Ich werd schon froh sein, wenn wir das Spiel mal durch haben, ey So, und, los geht's So Können sie sich endlich einmal durch Ah, nein, 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 nein Wow, das war knapp Höh, kann ich hier nicht fliegen? Ich kann hier nicht, was? Ah, oh scheiße Man Ah Das ist doch wirklich, das darf doch wohl nicht wahren, ey Höh, wieso? Höh Was ist das denn für ein Mist? Ja, Feder. Wunderbar. Perfekt. Oh Mann, ey. Du bist auch ein... Ey, das darf doch nicht wahr sein. Na, 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 na. Äh, was soll das? Jetzt hab ich wieder alles verloren. Jetzt kann ich wieder komplett zurück. Na, was soll denn das, Mensch? Oh, ist das ein Level. Das gibt's doch gar nicht. Hier kann man leider nirgends von Feder kriegen, oder? Moment, oder doch? Doch, ich glaub doch. Äh, ich würde sagen, nein. Hm, ja doch, wir versuchen es mal am besten hier. Ich glaub, hier kann man Feder kriegen, ne? Mit Power wie ein Zimmerleben auch, in dem Level. So. Okay. Hier ist es schon mal Pilz. Das ist schon mal gut. Aha, Leben auch gut. Das haben wir gerade verloren. Oh. Oh, jetzt musst du doch irgendwie... Hä? Hä? Na, na, das machen wir jetzt noch nicht. Zack, zack. Warte, warte mal. Was kommt denn da jetzt raus? Ach, ne, kommt doch auch noch Leben raus, ne? Ja, stimmt. Ne, machen wir aber nicht. Holen wir uns nicht. Ah, perfekt. Zeig ich euch, hier kann man Feder holen. Zack, zack, zack. Yeah. Und... Ha, Spiellevel beenden. Und noch mal rein, dann noch eine Feder holen. Iiiiih, da haben wir das Laie, die sind gleich wieder aufgepowert, ne? Ha, ha, ha. Ah, hab ich so gut drin, das ist schon gestartet. Ausgezeichnet. 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 Und dann noch mal rein. Und dann noch mal rein. Nein, nein! Jetzt kann ich wieder zurück... Ah, ne, eine Feder haben wir noch. Ich hab wieder nicht aufgepasst, Mensch. Wieso bleib' ich denn da stehen? Warum bleib' ich denn da stehen? Warum bleib' ich denn nicht zurück? Ich, Fischkopf. Ich glaube, wir haben ja noch eine Feder. Blin! Nein, 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 nein. Jetzt. Hö, hö, hö. So, jetzt. So. Und dann kriegen wir gleich noch eine Feder, aber... Ja, da war ich zurück, 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 zurück. Ja, so, stopp, 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 stopp. So, zack. Haben wir's doch. So, so, ah, ah, ah. Ah, Mann! Die kommen so stark, so fies hintereinander, ey, das geht ja mal. Ups, Allah, vorsichtig, vorsichtig. Da kommt noch einer, genau, zack. Ah, ah, ah. Boah, ja, natürlich, du blödes... Ey, du bist doch mies, du Gegner, ey. Oh, das war... Oh, ey. Ja, du kannst doch tatsächlich das gar nicht mehr schaffen. Ich brauch' doch hier Dings da. Glaub' ich, ne? So, warte, was brauch' ich doch hier? Oh. Egal, ich geh' zurück und wir laden uns nochmal auf. Hat alles wieder nichts gebracht, ey. Also, das ist jetzt wirklich ein sehr schweres Leben. Level. Aber kein Problem. Wir paulen uns jetzt eben wieder auf. Das haben wir gleich wieder. So. Zack. Und zwar hier. Los geht's. Toll. Oh, nein. Doch. Ha. Perfekt. Jetzt. Jetzt stehen wir immer hier. Ja. Ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, 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 ja. 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 Perfekt. Ha. Und schon wieder aufgebaut. Ha, 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 ha. Da, 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 da. Da, wenn man nicht so weit zurückgeht. ja doch leben können wir den Level natürlich auch holen, stimmt aber wir haben noch 18 Leben, ist noch genau nur 3 Minuten haben wir noch, jetzt müssen wir es aber schaffen wird dann bestimmt wie gerade eben sein, dass wir es auf einmal jetzt schaffen denn jetzt reißen wir es mal zusammen so, stopp, stopp, und zurück und ducken so, zack oder kommt die schon wieder lang, jetzt kommt der Exkult oh, ich spring immer ein bisschen zu hoch, Mensch ich spring immer ein bisschen zu hoch, nicht so hoch, nicht so hoch, nicht hoch oh, wow, ich komme doch nicht so nah, ey, das ist ja mies aha, aha so, ha 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 ach, mies, 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 stopp, stopp, zurück, zurück, zurück so, so, laufen, 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 laufen oh, und stopp, wow oh, das war wieder knapp Beatles so, sieh, siehe, sieh, siehe, siehe lauf lauf, lauf 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 so, haha zeug, 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 zeug lauf, 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 und uh, jiiii das ist schon viel besser das ist schon viel besser hiermit, ääh, Biden, Biden Oh Mann ey Ey, das soll jetzt... Was soll denn die Unverschämtheit? Oh, nein. Doch, geschafft. Ha, oder war das falsch? Nein, richtig, wie es aussieht. Oh, geschafft. Ich habe doch gesagt, wir schaffen das jetzt. Yeah. Ha, ha. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, doch, war richtig. Juhu. So, ich würde sagen, einen Level machen wir noch. Zwei Minuten haben wir nämlich noch. Ja, gespeichert, aber einen Level machen wir noch eben. Und dann machen wir gleich Safe-Sale einfach wieder und fertig. Oh, oh, das macht mir irgendwie gerade Sorgen. Hä, was sind denn das, wie eine Sorgen? Ach, egal. Ja, komm her, zack, so. Hä, muss ich jetzt da unten, also ich muss da unten auch hin. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwas so versehen habe, ne? Hübsala, 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 hübsala. Ja, oh, das war gerade mit. Das war gerade knapp, ey. Okay. Waa, wuuu. Okay, okay. Äh, okay. Nein. Zack, zack. Waa, zack. Zack, zack. Oh, komm, komm, komm her, das holen wir mal eben. Nee, ich hol nicht mal was, ne? Haha, bin aufgeregt, klasse. Eh, komm, du wohl zurück, aber du spinnst, vost einfach abzuhauen. Doch, doch, nicht dein Ernst hier, sei Gesang, Yoshimoto. Oh, oh. Oh, oh. Huh? Ja, geschafft. Und jetzt an der Stelle mache ich erstmal ein Safe State, aber wir machen im nächsten Partag wieder weiter Leute, ich danke fürs Zuschauen, Super Mario World Snes, und ja, gebt mir dann hoch, abonniert meinen Kanal, und bis zum nächsten Mal, und hinterlasse in die Kommentare, bye!